Okay. Mir gefällt an Tissé besonders gut, dass man sehr viele verschiedene Konfessionen trifft, wie hier zum Beispiel unsere evangelischen Mitchristen zum Beispiel. Ich bin begeistert, wie in Straßburg und Kehl die Leute ihre Türen öffnen für fremde Menschen und Schlüssel in die Hand drücken, ohne dass sie uns kennen. Das ist eine großartige Gastfreundschaft. Ich danke den Tramfahrern aus Straßburg für ihre Geduld mit uns, unter anderem auch die Straßburger selbst. 30.000 Leute, das kriegt man einfach mal so weg. Vielen Dank. Die Grenzüberschreitung hier ist wunderbar und die Organisation ist einfach top. Es macht einfach Freude, hier zu sein. Ich fand es jetzt gerade eben wieder besonders schön, in der Kathedrale zusammen einfach Gebet zu feiern und zu singen. Das ist eine richtig tolle Akustik und macht einfach Spaß. Ja, ich fand das auch alles super, was schon gesagt wurde und vor allem die Gesänge gefallen mir einfach besonders gut. Danke. 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 Danke.